Der FLOG ist ein digitales Kursformat, das den Studierenden zeitliche, örtliche und organisatorische Freiheiten in Präsenzkursen einräumt. Grundlage für den FLOG ist ein funktionierendes Inverted Classroom-Format mit einer selbstgesteuerten Phase der digitalen Inhaltsvermittlung und Erschließung sowie formativen E-Assessments für den Mastery-Nachweis. Zur Bearbeitung dieser Wissensmengen können Studierende zwischen dem normalen Wochentakt oder kürzeren 5- bzw. 3-Tages-Taktungen wählen. Die kompetenzorientierte Präsenzphase zur Inhaltsvertiefung findet aufgrund der Hörsaalverfügbarkeit wie üblich im normalen Wochentakt statt. Das führt bei kürzeren Taktungen zu einer Reduktion von Präsenzsitzungen und zu unterschiedlichen Kohorten im Hörsaal. Der Vorteil dieser neuen Flexibilität ist offensichtlich. Während in einem auf 15 Semesterwochen verteilten Wochentakt die Abschlussprüfung erst am Semesterende, also nach 105 Tagen, stattfindet, ist dies im 5-Tages-Takt schon nach 75 Tagen und im 3-Tages-Takt sogar nach 45 Tagen möglich. Zwar ist so für kürzere Taktungen die Zahl der Präsenzsitzungen reduziert, da aber ohnehin keine Präsenzpflicht besteht, ist dies unproblematisch. Der größte Mehrwert für die Studierenden liegt in einer flexibleren Semestergestaltung.